Weißt du, so Sprüche, oder wir waren im Kindergarten, waren wir singen im Altenheim. Haben wir schön im Altenheim, haben wir gesungen, da sind die Leitung, wenn gleich fertig, können die Kinder denn vielleicht mit den älteren Leuten noch ein bisschen was erzählen. Ja, ist doch kein Problem. Sven hatte bald singend schon Witterung aufgenommen. Das Lied war fertig, der direkt zu so einer älteren Frau und sagt, wie alt bist du? Da sieht die Frau, ich bin 98 Jahre alt. Guckt Sven die an und sagt, hast du auch bei eins angefangen? Ja, das war wenigstens niedlich. Sein bester Kumpel hat die Erzieherin gefragt, Judith, hast du auch einen Busen? Ja, wie sagt Judith, sicher habe ich auch einen Busen. Bringst du den morgen mal mit?